Ich baue Mager-Fannbunker, also schauen wir mal, falls wir stehen hier, für das Abzuseisen. Die machst du auch aus Leerchen, ne? Ja, die sind zwar aus Fichte, aber... Ach so, aus Fichte sind ich. Ja, ich habe es auch ein bisschen, weil ich so helle war, habe ich das mit dem Gasbrunner ein bisschen verflammt hier. Ja. Erstmal leuchtet es sich so weit und auch, das ist noch ein bisschen wie ein natürlicher Häuschitz. Ja, hier steht ja einer, wir können es ihn ja noch mal angucken kurz. Ja, da hat er wieder sein Jagdmaterial verstaut. Ja, genau. Ja, so sieht das aus. Also ein Lauf, der andere mal versetzt, dass keiner reingreifen kann und hier ist das Eisen drin. Und wozu jetzt hier die Löcher? Wichtig ist bei sowas, die Luftmusterkulierung. Also der Mauer macht das gar nicht, wenn das jetzt nur so muffig ist und stickig. Aha. Und es gibt noch einen Trick. Wenn jemand hat, der Kleintiere halt, also Meerschweinchen, Kaninchen oder sowas, hier brauchst du Spreu. Was von Meerschweinchen? Boah, Jungen, 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 Jungen. Genau das, das zieht man auch wie gesagt. Echt? Also wenn du da auch ein bisschen was drin machst, keine Ahnung. Ohne Klassenfalle geht wie gesagt. Und jetzt wird ja immer, also jetzt. Also kauft euch immer Meerschweinchen. Ja. Die Profis spüren immer als Einschwein Fichtennageln. Ja. Ja, das Problem bei mir ist, ich habe ja nicht für Fichte. Ich bin ja im Kieferngebiet hier, hier auf Sandboden, hier wetschende Fichte. Ja. Also habe ich getüftelt und ich nehme gestrollte Kiefernrinde. Du kannst auf jeden Baumarkt. Kiefernrinde? Ja. Also nicht die, die ist gefroren. Die ist gefroren. Oh ja, das ist schlecht. Ja. Also diese, ich glaube 7 bis 15 Millimeter. Also die gibt es von ganz fein, das ist aber wieder mehr. Und das ist für den Garten oder was? Ja, zum Updaten wie die Rinden, wo ich den da ausfahre. Ich guck mal, ich versteck nicht drauf. Pinienrinde. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Tonnen hier. Ich habe die mittlere gewählt. Pinienrinde. Ja, sowas. Also der Mater nimmt sogar an. Und die trocknetst du aber noch, ne? Sagst du das so? Ja. Die musst du nochmal trocknen. Die ist immer original ein bisschen feucht. Die ist original immer ein bisschen feucht. Okay. Ja, deswegen ist jetzt die Frage, ja. Und sonst ist es nämlich mit Frost. Wir wollen ja nicht, dass uns das einfriert und das Eisen nicht auslöst. Genau so ist es. Darum geht es ja. Aber ich habe es so geschnappt. Ein Baumart hat im Pfannbund noch nicht geschlafen. Den habe ich überrascht. Habe ich in einem Stangenhals stehen. Komme hin, war so ein bisschen rednerischer Tag. Ich wollte mal gucken, neue Eier reinlegen. Mach den Deckel auf. Ich denke, oh, gucke. Schnell wieder zu. Handy rausgeladen. Habe dann ein Video eingemacht. Habe dann kurz gefilmt. Dann saß er schon hier am Eingang. Also war schon auf der Flucht bereit, ja. Ja. Und habe dann so nochmal ein bisschen dann wieder zugemacht. Habe mich beruhigt. Dann sah ich bloß wieder auf Abpfiff. Bin dann schnell zum Auto. Habe dann Eier rein geholt. Eier rein gelegt. Und vier Tage später habe ich ihn dann gefangen. Also hat er richtig in der Mitte so wie so eine Hülle geschoben. Ja. Hast du richtig gesehen. Da hat er sich zusammengezogen und hat in den geschlafen. Ja, okay. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das haben wir alles erlebt manchmal. Ja. Interessant bei sowas ist auch, du musst wirklich einen Standort finden. Also auch in den Standortenholz. Ich hatte die Kiste erst in der Reihe daneben stehen. Also Ordinaltiefern, die sind jetzt so 40 Jahre alt. Vier, fünf, sechs Wochen. Nichts passiert. Totentanz. Ich wusste aber, das ist wild da. Auch außen vor die Eier nicht geholt oder nichts? Ja, nichts. Dann habe ich die Kiste eine Reihe weiter gestellt. Und in der ersten Nacht so war es der Marder drin gegangen. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Interessant ist auch wirklich, wenn du immer gefangen hast, auf der selben Stelle immer stehen lassen. Die nächsten Marder kommen aus den selben Pässen. Die nutzen diese Mardierung für den Vordinner. Die finden die Kiste wieder. Also das fängt immer wieder. Ja. Ja, ja. Nur den richtigen Standort muss man haben. Ja, das musst du immer rauskriegen. Auch wenn du es noch einmal hast, dann, wie gesagt, das ist ein garantief. Standort, 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 Leute. Wie immer. Und immer schön Körn, 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 Körn. Das ist doch schön. Auch wieder ein schöner Deckel drauf. Ja, das ist so wichtig und feinjährig. Und was legst du unter? Hier, machst du die auf Steinplatten oder irgendwas? Hat sie nicht weggenommen? Ich habe unten drunter Teichfolie nachholt. Ach, das ist unten drunter Teichfolie. Ja, das auch richtig. Weil sonst zieht die unten vor sich. Das geht dann ratzfatz. Naja, wie gesagt, das ist für mich das Abschiedseisen von Mardern. Einfach dies, was es gibt. Ja, ich sehe das auch. Also, fein, gerade in der Klassenfalle. Ja, das hat noch passiert. Komm, ich rufe an, Mardern, der Falle. Ja, ich komme hin. Ja. Abfallgebrinnen. Hin und her, dreimal auf den Rand. Könnte ich nicht schießen. Und dann hat er es geschafft, wirklich so einen Spalt. Job weg, war er weg, abgehalten. Ja, ja, das kennen wir alle. Geht so schnell, aber. Ist so. Deswegen, wie gesagt, Abschiedseisen eingebaut, der ist sofort tot. Ja. Ein Mardern mit dran gehandelt, bist doch klein, er ist da. Ja, das fehlt sich nicht. Der Bike ist nicht kaputt. Genau. Leider macht unsere Scheißpolitik uns ja immer das Leben schwer. Und der ist sofort tot, da ist nichts los in unserem Bunker. Also, kein Kind kommt rein, guckt euch das an. Kein Kind kann hier in die Hand reinstecken. Richtig, richtig. Das ist jetzt 8 cm, auf jeden Fall das bei uns so vorgeschriebene Einlauf. Ja. Den einmal versetzt. Ja. Da kann keiner in die Hand reinstecken, denkst wo. Ich sag mal, hier ist ein Schild dran. Ja, da ist auch noch ein Schild, auch noch hier vorschrittsmäßig. Also, wer das hier dann aufbricht und sich dann ins Schloss vor, ja. Und wer dann den Defend einklemmt, der ist selber schuld. Ja, eigentlich ja, aber du weißt, unsere beknackte Unsere Rechtsprechung ist ja so weltfremd. Auf Vorsehen und auf der Richtung bist du da designt. Ja, genau. Genau. Also, da musst du aufpassen. Na, super. Ja. Gut. Dann vielen Dank, Carsten, für deinen Einblick. Ja, vielen Dank. Ich verlinke alles von Carsten. Falls ihr auf der Ecke seid, das ist hier tiefstes Dunkelsachsen. Ja, also zwischen Toner und Einbold hier. Ja. Das Nest heißt Wildschutz. Ja. Ja. Ich.